Ah, da bin ich ja schon drauf. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Daniel Selwyn und ihr seid gerade live dabei im Stream bei rocketbeats.tv. Es ist 17 Uhr, es ist Donnerstagnachmittag. Ich sitze alleine in der Gaming-Area, wie ihr sehen könnt. Die Regie macht bestimmt gleich eine andere Kammerperspektive an, und zwar diese hier. Hallo, hier bin ich. Da ist mein Monitor. Der Bart ist noch dran, Freunde, der kommt heute Abend ab. Ich habe mir überlegt, vielleicht einen Schnauzer zu machen. Was haltet ihr davon? Aber einen, der auch hier so runtergeht. Können wir eigentlich direkt mal ein Vote starten. Du machst hier so einen nur in der Mitte oben, weißt du? Nur in der Mitte oben? Ja, den meinst du? Nein. Ja, schauen wir mal, was heute so geht. Ich gucke mal, ob hier alles richtig sitzt. Ich habe einen sehr signalfarbenden Pullover an, das hat seinen Grund. Denn jeder weiß, bei Age of Empires, es ist ein Spiel von Mindgames. Es ist, ja gut, der Gegner sieht mich jetzt nicht, aber er fühlt es. Er fühlt es, dass ich einen orangenfarbenen Pulli anhabe und denkt sich, hm, entweder das ist ein sehr guter Age of Empires-Spieler oder er arbeitet bei der Müllabfuhr. Man weiß es nicht, aber das verunsichert die Leute. Von daher, das war als kleine Einleitung. Ich habe keine Ahnung, was passiert, Freunde. Das ist eine spontane Runde. Ich habe Bock, ich will ein bisschen trainieren. Morgen ist Age of Empires wieder live. Da müsst ihr natürlich alle einschalten. Um 15 Uhr geht's da los. Wir spielen zwei Stunden. Wir werden das neue Age of Empires 1 in der Definitive Edition ein bisschen anzocken, ein bisschen drüber reden, ein bisschen euch zeigen. Ich weiß noch nicht genau, wie es aussieht. Also Marco ist da sehr fleißig gewesen, hat sich da auch gut gekümmert. Wir haben alle einen Key bekommen von der Closed Beta. Wir haben es alle schon ein bisschen angezockt. Ich bin für meinen Teil, sage ich euch ganz ehrlich, noch nicht so schwer begeistert davon. Ich habe auch bei The Viper im Stream zugeguckt, als er es angespielt hat und war so, hm. Aber das ist natürlich auch die Macht der Gewohnheit, Freunde. Das ist die Macht der Gewohnheit. Ich spiele jetzt so viel Age of Empires 2, dass man sich natürlich vielleicht innerlich so ein bisschen verbarrikadiert und denkt so, hm, aber das funktioniert nicht so, wie ich es gewohnt bin und so. Und da muss man vielleicht Abstriche machen morgen. Das heißt, ich bin offen dafür. Wir werden es morgen mal uns reinziehen. Eventuell wird es so laufen, dass Marco einfach ein bisschen uns das so zeigt und so. Der hat sich schon gut informiert, hat seine Hausaufgaben gemacht und uns so ein bisschen zeigt, was da so abgeht. Oder wir spielen, glaube ich, ein 2&2. Es ist alles noch so ein bisschen in der Besprechung. Aber es gibt auf jeden Fall ein 1&1 und deswegen sitze ich heute hier, denn es wird ein 1&1 in Age of Empires 2 HD geben, denn ich werde gegen Florentin spielen. Und wie ihr wisst, ich verliere seit ungefähr 100 Spielen gegen Florentin und habe erst ein einziges Mal gewonnen. Oder habe ich zweimal gewonnen? Ne, ich habe erst einmal gewonnen. Ich mache mal gleich den Chat an. Ich habe es natürlich verpeilt, den Chat rechtzeitig anzumachen, Freunde, weil ich habe mich hier nämlich ein bisschen warm gezockt, denn Hashtag kalte Finger, ihr wisst, ich habe manchmal etwas kalte Finger und die habe ich heute schön warm gemacht. Ich habe mich schön so drauf gesetzt und dementsprechend bin ich jetzt warm. So, was habe ich vor? Ich will jetzt gleich einfach eine Runde zocken. Liebe Regie, gehen wir gleich in die Werbung oder gehen wir richtig rein gleich? Wir können vorher noch eine kurze Werbung machen. Wir machen eine kurze Werbung, das passt perfekt, denn dann mache ich den Chatrechner an. Ich habe den vergessen anzumachen, dann sehe ich auch, was ihr kleinen Mäuse dazu meint, was ich hier so veranstalte. Und, ähm, ich würde sagen, ich mache dann ein Spiel auf und versuche, zumindest für das erste Spiel mal keinen Gegner zu bekommen, der einer von euch ist, weil ich kenne euch kleinen Schlawiner. Ihr seid dann wieder im Stream und snipet rum und wisst genau, was ich mache und macht dann irgend so einen Quatsch mit hier Tower Rush oder irgendwelchen lamen Scheiß wie Persian Dusch oder sowas. Sowas würde ich niemals machen. Von daher suche ich mir gleich ein Inkognito raus und dann geht's los. Dann spiele ich ein ein bisschen One-on-One, schön Arabien. Ich werde ein bisschen versuchen zu kommentieren, was ich so mache. Es ist eine Trainingssession. Wir gehen das ganz gemütlich an und wir zocken jetzt zwei Stunden einfach mal Age of Empires 2. Wie geil ist das denn? Also, ihr bleibt dran. Wir sehen uns gleich. Bis dahin. Ich bin drauf. Hallo. Herzlich willkommen zurück hier bei rockabeans.tv in einer kleinen, spontanen Live-Session Age of Empires 2 HD-Version. Ich würde sagen, wir begrüßen erstmal Andreas, der gerade aufs Klo geht und springen direkt mal rein, würde ich sagen. Wir gehen mal hier in die Lobby rein, würde ich mal sagen. Ich zieh mal eine Kopfhörerchen auf und wir gucken mal, was wir jetzt hier so veranstalten können. Ich hab euch links im Chat. Ich sehe euch. Hey, Ready sagt Age of Empires. Vincent for President, was auch immer das heißen soll. Woop woop, sagt der Ready nochmal. Warum lese ich immer nur das von Ready for und Gundom, Gamedom, Gamdom sagt geiler Donny. Das gefällt mir natürlich sehr gut. Mehr davon. Hashtag kalte Finger. Ihr kennt das. So, ich mach mal meine Stimme hier leiser. Also, wir gehen jetzt mal schön hier rein. Mehr Spiele. Wir gehen mal schön einleiten. Wir machen dann Ranglistenspiel. Dann hab ich auch den Druck, ordentlich abzuliefern. Ich will nämlich meine Elo verbessern. Die ist schon wieder mega gesunken. Guck mal, ich hab nur noch eine 16, 18. Ich war schon bei fast 1700, aber dann hab ich's verkackt. So, 1v1 Arabia Random Sips. Go, go, go. Und dann hoffen wir mal, dass gleich jemand kommt. Ja, was hab ich heute vor? Ne, das seh ich's doch schon. Das ist doch hier einer von der Westfront. Die sind doch so, das sind kleine Mäuse. Den schmeiß ich gleich mal raus, du liebe Sau. Der ist gut. Komm, den nehm ich hier. Ah, wieso ist er noch? Der war doch gut. So, den nehmen wir. 16, 11. Das passt. Ah, ne, geschlossen worden. Sonst ist hier zu viel los, Freunde. Ich weiß doch, ihr seid alles, das sind alles welche von euch hier. Ich kenn euch doch. Ihr seid doch so ne verrückten Mäuse. Ja, sorry. Ja, da kommt schon das Soundpack. So, wir nehmen den, der war vorher drin. Und, ähm, sagen wir mal moin. Und, äh, was haben wir vor? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Wir spielen jetzt einfach mal, gucken, was wir für eine Civ bekommen. Und, ähm, ja. Checkt mal aus, was wir so tun können. Jetzt muss er nur noch auf bereit klicken. Wir spielen natürlich, ähm, Arabien. Ja, ich hab grad schon im Chat, äh, gespickt. Da hieß es schon, oi, mit Augenrollen hier und da, Arabien schon wieder. Ja. Aber, Freunde, vergesst nicht, ähm, ich trainiere halt auch für Florentin und wir spielen nun mal auf Arabien zur Zeit noch. Wir werden das bestimmt mal in naher Zukunft ändern. Und, äh, aber jetzt ist erstmal, wir wollen die Settings gleich lassen, denn der Geilere muss gewinnen und da muss natürlich das Setting mal gleich bleiben. Boah, wir haben die Briten. Bullden. So, erstmal zwei Häuser bauen, Schafe holen, alles gut. Wir geben mal unserem Speer mal eine Nummer eins. Das ist wichtig. So. So. Correctus. So, bisschen Ordnung schaffen. Jetzt gucken wir uns mal ein bisschen um hier. Und, ja, was haben wir vor? Mit Briten spielen wir natürlich mit, äh, Bogenschützen. Das ist natürlich klar. Die Briten haben starke Bogenschützen. Ähm, haben, glaub ich, auch einen Bonus beim Holzabbau, wenn ich mich nicht recht irre. Sagt man eigentlich, wenn ich mich nicht recht irre? Ich glaub nicht. Machen wir mal hier lang. So, das ist unsere, das ist unser Back. Gut, Maps sieht bis jetzt okay aus, das Holz ist gut, das Haus ist halt scheiße, aber das passiert halt, ne, wenn man diese panischen ersten Häuser baut, dann, äh, baut man die manchmal an dummen Stellen hin, weil man die Map halt noch nicht sieht, ne, das ist ja alles im Fog of War. Und, ja, das Haus steht halt hier im Weg, das ist nicht so gut, um die Dorfbewohner gegebenenfalls irgendwie abzuziehen, wenn man angegriffen wird oder so. Aber es ist alles noch im Rahmen des, äh, Okayen, würd ich sagen. Immer schön Dorfbewohner bauen, ne, ihr kennt das Spiel. Sechs auf Schaf, vier gehen jetzt auf Holz. Profis gehen gern mit, äh, drei auf Holz. Ähm, aber die machen auch andere Sachen, die ich nicht kann, von daher will ich mich an solchen Leuten nicht messen. So, wir brauchen mal das Schaf wieder, das muss man jetzt zurück. So, das Tier liegt gut, das kann ich eigentlich auch lernen, das werde ich auch versuchen. Ähm, nicht optimal gescoutet. Ähm, weil ich jetzt zum Beispiel hier gerade wieder durch eine sichtbare, ähm, Gegend wieder laufen muss, das ist eigentlich, das ist nicht gut. Immer gucken, dass der Scout irgendwie möglichst konstant im Fog of War rumlatscht. So, das geht doch alles, sieht alles gut aus. Der kommt noch hier hin, so, und der erste kommt auf, der kommt jetzt aufs Board, da sind schon Schafe, sehr gut. So, die gehen mal hier zurück. Ähm, das sieht alles ganz gut aus. Map sieht auch okay aus, kann man nicht meckern. Kann hier wallen. Ähm, Front ist sehr offen, aber gucken wir mal so, das Wood gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Jetzt mal den Burluren. So, die machen jetzt mal das Schaf nicht an, die sind jetzt ein bisschen idle, das ist nicht so optimal, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Also, ich will jetzt nicht das Schaf anknuspern, weil das ist dann sonst, äh, so, die ist in die falsche Richtung gelaufen, die soll mal ein Haus fehlen bauen. So, und jetzt gehen wir auf Berries. So, Scouten nicht vergessen, die Schafe nehmen wir mit. Wir haben alle unsere Schafe gefunden, wir haben die zweiten Boar auch gefunden, wie es der Zufall gerade will, deswegen können wir uns jetzt mal angucken, was der Gegner so macht. Ähm, ich gehe gerne ungefähr bei, ähm, ungefähr beim Rest von 160 vom Boar, je nachdem wie weit weg der zweite Boar ist, gehe ich gerne los, um den zweiten Boar zu holen. Ähm, alles recht Standard. Die Mühle habe ich ein bisschen spät gebaut. Mal gucken, was der Speer macht. So, ich war mal noch übrig, 140, das passt, weil der ist recht nah dran. Na, ist ein bisschen spät, gerade sage ich es noch, ich hätte da, ähm, ein bisschen früher loslaufen müssen, jetzt sind die auf jeden Fall idle gleich, bis der zweite Boar, ähm, kommt, aber auch alle, das ist nicht so wirklich schlimm. So, der kann jetzt mal hier wieder in den auf jeden Fall finden, jetzt machen wir noch zwei auf Holz. Schön abliefern kurz. Hätte ich jetzt was vergessen. So. Der Lurr könnte ein bisschen tricky sein, muss ich sagen, das ist schon ein recht weiter Weg, den sie laufen muss, aber es geht downhill, da heizt sie richtig rum. Die müssen jetzt fertig sein, genau, alles gut, mit der kann ich schon mal ein Feld bauen. Oh, 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 ah, ja, das war jetzt natürlich Fail. Ach, dammit. Immer irgendwas, Leute, immer irgendwas. Immer ist irgendwas. Naja, abhaken. Ja, die ist hier komisch, ich habe die natürlich hierhin geschickt, deswegen war das nicht so geil. So, wir haben jetzt schon sechs, dann machen wir noch. Ja, kommen wir mal hier drauf noch. So, nehmen wir den auch noch. Ah, dann wall ich hier schon mal ab, hier. Den Speer habe ich verloren, ja. Ah, scheiße, okay, ich habe ihn, nachdem die angegriffen worden sind, direkt, äh, ins, äh, Dorfzentrum des Feindes geschickt, das war natürlich jetzt nicht gut, aber was haben wir denn gesehen? Warum was? Scheiße. Gut, jetzt kann ich das Tier nicht mehr lören. Egal. Ähm, gut. Wall ein wenig ab. Handy aus. Ja, was will ich machen? Also, ich will ein bisschen, ähm, ein Archer-Rush machen, beziehungsweise Rush werde ich jetzt nicht mehr schaffen, also nicht wirklich ein Rush, aber ich versuche mal so schnell wie möglich in die Feudel mit 24 Dorfbewohnern zu gehen. Du kannst mal weiter Holz hacken hier, du Sau. Wo ist denn das andere Holz? Ist auch sehr weit weg. Mach! Ja, der Teil der Map ist gut, aber hier, das ist nicht so geil. Der Hügel ist auch scheiße. Naja, schauen wir mal. So, ich fahre mal noch vom Ball übrig. Zwei. So, die sollen das mal droppen hier. Nehmen wir mal die hier rüber. Machen wir das zweite Holzfällerlager auf. So, und du gehst mal schön hier. Wo habe ich noch ein Gold? Habe ich kein Backgold. Ah, das Gold ist auch richtig scheiße. Äh, ja, alles nicht so optimal. So, die gehen jetzt noch auf die restlichen Schafe hier. Und die gehen mal ein bisschen Gold abbauen. Ah, ich drücke die ganze Zeit auf den Scout, auf die Eins und vergesse, dass der eigentlich, dass der schon tot ist. So. Jetzt kommt der noch raus. Wir bauen ein Haus. Eieiei, schnell ein Haus bauen. Machen wir zu zweit sogar hier. Da brauchen wir eigentlich gar nicht so schnell. Ah, ah. Alles gut, alles gut. Ich geh ja mit 24 hoch. So, Loom. Loom, Donne! Loom, Donne! So, die sechs machen jetzt noch schön das letzte Schaf. Loom wird, äh, erforscht. Wir haben jetzt 24 Dorfbewohner. Ich geh jetzt hoch. Ja, du kannst mal weiter holzen. Das Haus haben wir jetzt trotzdem gebaut. Auch gut. Und, äh, so. Jetzt gehen wir hoch. Mit denen bauen wir schön Felder. Sechs Stück wären optimal. Ah, die sollen auch das letzte Schaf schlachten. Joa. Ich hab ein bisschen viel Holz. Zieh mal einen ab. Kann man hier schön... Ziel ist es halt direkt, zwei Archery Ranges jetzt zu bauen. Auch immer wichtig gucken, dass die auch ordentlich arbeiten, sich nicht irgendwie über den Weg laufen. Der kann zum Beispiel das hier machen. Ja. So. Der kann nicht dahin gehen. Bauen wir mal eine Kaserne. Bauen wir mal eine Kaserne. Bauen wir mal eine Kaserne. Denn die ist wichtig. So, und die sind jetzt fertig. Bauen wir mal ein paar Felder. Bauen wir mal ein paar Felder. Aber nicht zu viele, denn ich brauche das Holz. Ähm, ich brauche viel Holz und viel, ähm, Gold. Um gleich meine Archery Ranges zu bauen. Und natürlich auch... Ähm, ja mal gucken, ob wir den erwischen können hier. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich möchte jetzt auch ehrlich gesagt keine Idols haben. Ne. Lass ich jetzt einfach mal so... So, die arbeitet nicht so effektiv. Aber das passt schon. Ich kann was versuchen hier. Ah, nein. Scheiße. Manchmal klappt's. So. Jetzt kommen die mal hier runter. Bauen wir mal direkt zwei Archery Ranges. Ah, reicht nicht ganz. Komm, gib mir Holz. So. Drei Dorfbewohner bauen. Jetzt kannst du weiterholzen, du Geiler. Ähm. Ja. Die gehen jetzt auf... Wood. Das sind ein bisschen viele Dorfbewohner gerade, merke ich. Das brauchen wir nicht eigentlich. Ich kann das mal abliefern hier. Und Gold brauchen wir auch noch ein bisschen mehr. So. Das ist auch gleich fertig. Dann müssen wir gleich mal noch ein Haus bauen. Denn wir ballern jetzt gleich mal ein paar Bogenschützen raus. So. Mit sechs Stück ist mein Ziel. Ähm. Joa. Und dann versuche ich einfach noch mal ein bisschen zu harassen. Die laufen auch richtig scheiß Wege hier. So, das Haus ist in Arbeit. Sehr gut. Gut. So. Die beiden noch. Wie haben wir jetzt? Joa. Joa. Das reicht. Dann gehen wir mit sechs rüber. Alles gut. Dann kann ich jetzt auch das Upgrade machen hier. So, du steht einfach nur rum. Das ist nicht gut. Nicht gut, Freunde. Und du kannst auch mal wieder Holz hacken. So, eine Schmiede brauchen wir gleich. Dann machen wir noch ein Upgrade, während die Jungs rüber laufen. Die sechs. Ich geh mal davon aus, dass mein Gegner ein Fast-Castle-Bild macht, weil er jetzt doch recht spät ... Ja, jetzt weiß er auf jeden Fall schon Bescheid. Da hätte ich mich vielleicht nicht unbedingt zeigen sollen, merke ich gerade. Das war vielleicht ein Fehler. Ähm. Aber gut. Mal schnell eine Schniede bauen, damit wir ein paar Upgrades draufballern können. Die sind richtig uneffektiv hier. Die Jungs, die laufen nicht so geil. Na egal. Muss ein bisschen Nahrung pumpen. Wir haben ein bisschen zu viel Holz. So, ich geb mal meiner Truppe die Eins. Ich weiß nicht, warum die jetzt so einen Umweg hier laufen und nicht hier rüber laufen, aber gut. Ziel ist hier die Wood Line auf jeden Fall. Der wird er wahrscheinlich nicht beschützt haben. So, ich hab grad ein Idle-TC, ist mir jetzt aber egal, weil ich will eigentlich jetzt nur noch so schnell wie möglich in die Ritterzeit klicken. Wenn ich jetzt noch einen Dorfbewohner bau, dann zieht es mir Nahrung. Wir brauchen 800 Nahrung. Aber das wisst ihr doch alles schon. Ihr wisst das doch alles schon. Das frisst zwar auch Nahrung, aber ist jetzt egal. Ähm. Jetzt gucken wir mal. Ach. Können wir eigentlich gleich mal killen, die Hundis. Tut mir leid, Leute. So. Ja, ich hab mich halt jetzt gezeigt mit dem Bugenschützen, das könnte ein großer Fehler gewesen sein. Ich hätte vielleicht den Scout nicht angreifen sollen. Jetzt hat er aber schlecht ein paar Plankler gebaut. Der Konter zu. So, ich will mal hochklicken. Die sollen wir abladen hier. Ach. Nicht ganz. So. So, noch neun Nahrung. Bitte. So. So. Können wir hier mal ein bisschen knuspern. Siehst du, er hat schon einen Plankler gebaut. Aber das macht uns gar nichts. Wir nerven den einfach nur. Kann ich eigentlich auch out-micron. So, wir brauchen ein paar mehr Upgrades auf unsere... Na ja, was fehlt mir denn da Nahrung? Zehn Nahrung, bitte. Danke. Mal gucken, was wir da jetzt anrichten können. Gold-Upgrade haben wir noch nicht. Ne, das muss ich ja mal schnell machen. 100 Nahrung. Ei, ei, ei. Wir haben zu viel Holz immer noch. Wo, 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 wo? Wo, wo, wo? Ich seh's nicht. Bin grad blind. Ach, da unten, okay. Alles klar, ich dachte grad schon, ich hab's verrafft. Au, au, au. Das sind viele Plankler. Das war nämlich das... Ja, also wie ich gesagt hab, er hat natürlich jetzt einfach Plankler gebaut. Das heißt, wir switchen jetzt einfach. Wir müssen tatsächlich switchen. Oder wir mischen selber ein paar Plankler drunter und vertrauen auf unsere Upgrades. Ähm... So, wir müssen die jetzt erst mal schützen, weil ich will die gleich upgraden. Und die zu denen sollen sich mal ein paar Plankler gesellen. Immer ein ganz gutes Mittel, das unterzumischen. Die dritte Range ist vielleicht ein bisschen... Ne, das brauchen wir nicht. Lieber früher abbrechen als zu spät. Ähm, weil das war jetzt nicht so schlau. Aber ich denke mal, wir haben... Ich hab nicht auf seine Upgrades geschaut, aber ich glaube, wir haben stärkere... Stärkere Schützen. Das ist halt ein sehr weiter Weg, den ich hier laufen muss. Wir könnten doch einen Mönch bauen vielleicht gleich. Mal hier hin. Wieso laufen die denn so einen komischen Weg hier? Okay. So. Jetzt machen wir mal hier die... Bogenschützen geiler. Und äh... Joa, scheiße. Scheiße hügelig hier. Hm. Ich brauch jetzt mal Stein, weil ich jetzt auch mal ne Burg bauen will bald. Da können wir uns noch nicht leisten. So. So, jetzt haben wir schon da... Was ganz gut. Wo kommt er denn hin? Ja, das bringt ihm gar nichts, was er da macht. So, das ist schon ganz gut hier. Er ist noch in der Fodalzeit. Jetzt können wir eigentlich ein bisschen Damage machen, denk ich mal. Wir brauchen noch weiter Schützen. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier für Damage machen können. Oh, jetzt kommt er bei mir. Ist aber gut für uns, weil das ist wahrscheinlich die meiste seiner Armeen. Jetzt kann ich hier ein bisschen raiden in seiner Woodline. Denk ich mal. Er baut Man of Arms noch. Die kortieren wir mal ein. Gut für uns, er konzentriert sich nur. So, wir müssen mal ein bisschen Marco machen hier, Freunde. Okay, das ist ganz gut für uns. Er macht aber bei uns in der Base gerade Stress. Mein Multitasking ist jetzt gerade sehr gefragt. Okay. Wie ich es mir gedacht habe. Ah, gut. Er hat unsere Bogenschützen gekillt ein bisschen. Aber es ist ein ganz gutes, spannendes Spiel eigentlich. Er baut hier eine Burg. Ja. Die wollen wir unbedingt verhindern. Ja, die Burg geht hoch, egal. Ich will die Einheiten schützen. So, wir brauchen noch unbedingt das Upgrade hier. Ja, gut. Das ist natürlich dumm von mir. Er macht schön meine Burgenschützen hier, die rauskommen alle. Müssen wir mal ein bisschen defensiv machen. Ich könnte auch mal ein Plankler-Upgrade eigentlich machen. Ja, aber das ist schon alles gut. Das sind gute Trails eigentlich. So, wir brauchen mal... Das muss unbedingt fertig gebaut werden. Ich hoffe, der campt da nicht rum. Wir müssen mal ein paar Ritter mit rein. Da steht ein Bogenschütze da voll im Weg. Immer noch da unten der eine, okay. So, da brechen wir mal durch hier. So, ich baue mal ne... Ich müsste auch mal ne Mangel bauen. Das wäre nicht schlecht für seine Plankler. Es... So, den Rittern geben wir noch ein Upgrade auf jeden Fall. Da sind wir jetzt auch gleich durch. Können wir hier ein bisschen auf jeden Fall seine Wirtschaft stressen. Elite Plankler wäre auch geil ehrlich gesagt. Ja, machen wir mal das mal. So, zweites TC kommt echt spät, aber... YOLO. So, das fällt jetzt hier. Jetzt kommt er mit den Planklern. Ne, da ziehen wir ab. Das geben wir uns nicht. Das lohnt sich nicht. Ich glaube, ich brauche jetzt immer ne Mangel. Was fehlt uns denn? Holz fehlt uns. Naja. Okay. Marktplatz. Viel zu viel Gold, Freunde. Ähm. Ja. Ja. So, die treffen sich jetzt mal hier. Okay. Eins, zwei, drei. Ritter. Was wollte ich bauen? Was wollte ich grad bauen? Mangel. Genau. Machen wir mal defensiv die Mangel. So, punktemäßig sind wir jetzt auch vorne. Wir müssen jetzt nur das nutzen. Wir müssen weiter Druck machen. Da ist die Burg, da gehen wir nicht hin. Was ist denn hier hinten rum? Kann ich da hinten rum gehen? Gucken wir mal. So, der da unten nervt. Der macht alleine hier dieses Scheißhaus platt. Das ist zu viel Gold. Ich muss die auf Holz schicken, die Freunde. Ah, ich hab den Wegpunkt halt die ganze Zeit noch da drauf. Das ist mein Fehler. Okay, da geht's... Doch, hier geht's lang. Oh, da kann man gut verletzen. Hier kann man gut Damage machen jetzt gleich. Da kann man jetzt gut Damage machen, ja. Wichtig ist, er ist ganz nah dran. Okay, er hat die schon abgezogen. Ah, ja, ich wollte da gar nicht drauf schießen. Oh, die machen wir alle platt. Ich hoffe, da kommt keine Mangel raus jetzt. Komm, gib mir ein paar. Ich hab schon Elite-Plankler, aber ich muss noch mehr hinschicken. So. Ich will den mal hierher locken zu den Rittern. Auch noch ein Upgrade auf die Ritter. Das ist schlampig mit dem Holz, dass ich so viele auf Gold hatte. Das war nicht gut. Das war... Könnte ein... Großer Fehler gewesen sein. So, die maut einfach die ganze Zeit weiter zu. Das passt schon. So. Muss jetzt ein bisschen, äh... Holz... Pumpen. Okay. Wenn wir jetzt noch die Mangel dazunehmen, Alter. Die braucht halt 100 Jahre bis dahin. Aber ich glaube, hier kann ich schon ganz gut stressen mit diesen drei Rittern. Mandatum. Yay. Yes. Mandatum. Boo den. Yay. Yes. Diesen hat alles schon sehr angeschlagen, aber ich glaub, die Ritter... Den rechnet er nicht. Guck mal, die Plankler kann ich auf jeden Fall jetzt killen, hier. Yes. My first game. ja 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 das war ein guter schuss wo kommt meine mangel kommen alle jetzt spannend jetzt ist nicht mal machen hier die glaubt dran jetzt müssen wir herlocken Jetzt müssen wir die Plänke herlocken, come on Und jetzt kriegen wir auch einen Juicy Shot, Alter Die sind alle fast tot Come on, Juicy Shot, der rechnet nicht damit Come on Tschüss, ja Nein Unbedingt die Mangelschützen Fuck, die Eagles sind stark, ey Diese fucking Eagle Warrior, die sind stark Fuck Ich brauch mehr Ritter Nein, weg da, weg, weg, weg Nein Schlampig Okay Ich brauch jetzt dringend mal die Burg Gold haben wir mehr als genug Wir bauen jetzt Wir müssen dringend eine Burg bauen Und zwar vor diesem Gold hier Wir bauen auch noch ein drittes Dorfzentrum Dreht uns das Stein Wir haben keinen Marktplatz Dammit I don't have a marketplace I need a marketplace to build this Baller mal Ritter raus jetzt, Kollege Die sollen wenigstens mal den Bau hier beschützen Die sind alle schon fast tot Die sind eigentlich am Arsch Bisschen Risiko, die Burg hier Ich hoffe, er merkt es nicht Wenn er jetzt da hinkommt mit Mangen und sowas Wenn man auf gut Deutsch sagt Gefickt Aber ich kann ordentlich Ritter in der Mache Mal ein bisschen aufräumen hier So Ähm Es reicht erstmal Jetzt hier mit Stein Okay Die Burg geht, wie es aussieht, hoch Das ist schon mal gut Wir brauchen Stein für unser zweites TC Er drittes, meine ich Nee, Holz brauchen wir jetzt Okay, jetzt kommt er Jetzt kommt er Fuck Er kommt ausgerechnet mit Sperrmännern Bisschen Quick Wallen Dann geht das schon Okay Dief, dief Nach Ich muss einen Counterangriff machen Ich muss los Ciao, Bruder Ich muss los Weil der hat zu viele Sperrmänner Für meinen Geschmack Aber wir machen hier nochmal Meine Siege Okay, wir brauchen dringend Ballistics Das heißt, wir brauchen eine Uni Ich brauche Holz So, wo ist er? Wo ist er? Da Ja, geh weg da Obwohl, die kannst du machen Die knusperst du weg Geil So, die Burg geht hoch Das ist eine ordentliche Zahl So, schnell Ballistics So, bauen wir Langbogen schützen, Freunde Guck mal, der reine Ritter hat richtig viel Arbeit gemacht So, Leute, es läuft Nicht optimal, aber es läuft Unsere Base ist leider sehr offen Wenn er jetzt Stress macht, dann sind wir Am Arsch So, ich brauche schnell Ballistics Ja, mach halt ein Feld hier Mir ist das egal So Und ich brauche noch einen Mönch Hier vorne So Schnell Mönch bauen hier Okay Freunde Oh, ich brauche dringend Hier Fucking Genau So Wir haben jetzt bald den Vorteil Ich glaube, wirtschaftlich geht es uns besser als ihm Hier muss noch eine Mangel raus Unbedingt Ich brauche dringend Holz Ich kann jetzt nichts mehr kaufen Ich muss wieder auf Gold gehen Ich habe ein bisschen zu viel jetzt rumgedings So, wir brauchen noch eine zweite Burg hier vorne mit den anderen hier Aber mal gucken, wo Moment Man muss jetzt mal Damage machen mit denen Die stehen nur rum, die Einheiten Das bringt nichts Was hat denn die hier hinten? Das sieht doch ganz gut aus Die Ritter sind recht stark Zwei, zwei plus zwei Äh Okay Hui, uiui Jetzt geht's ab Gucken wir mal, was man hier machen kann Hier hinten Die sind so gut wie tot Aber der Mönch kann die gleich mal heilen Und ähm Ja, wir brauchen dringend Gold Damit wir hochklicken können Das haben wir ein bisschen Das müsste ich hier eigentlich ganz gut raiden können Wenn einer nicht irgendwie hier eine Burg hat Da ist eine, ne? Ne Ah, jetzt hat er das gerade fertig gebaut Aber die Ritter sind gut Das kriegt ihr hin Ein Kill Komm, gib mir einen Kill Ah, jetzt hat er selber Mönche gebaut Scheiße Er hat einen bekehrt Ich lock die mal zur Burg hier Oh ne, die Mangel kommt jetzt raus Alter Jetzt kriegen wir mal einen geilen Schuss hin Bitte gegen diese Sperrmänner Ah, ne Ah, ne Der bleibt nicht da Fuck So, Langburgenschützen Incoming Wir machen hier nochmal eine Burg hin Um sich das Stein auch ihm wegzunehmen Ich brauche noch Schub Gangster Hui, okay Die lassen wir noch drin So Okay Jetzt hat er die Burg auf jeden Fall schon mal gesehen Noch mal Townwatch Tatsächlich So, nicht mehr lange Dann können wir hochklicken Also, ich glaube es wird drauf ankommen Wer hier zuerst Wer hier zuerst Trieböcke bauen kann Aber jetzt muss man einen geilen Schuss hinkriegen Hier Sehr viele gebaut Ah, scheiße Die Burg Dammit Der hat sehr viele fucking Sperrmänner Kann ich diesen Kampf gewinnen Hier? Ei, 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 ei Kommandorückzug, Alter Fuck Fuck Wir haben müssen abhauen So, unsere geilen Typen Wir müssen kommen jetzt hier Valistix Ich depp Dafür habe ich es doch gebaut Ah, das war nicht gut, Freunde Das war nicht gut Ich will die fertig bauen Ich will die fertig bauen, ey Guck mal, die Langbogenschützen Die kann ich nicht snipen Scheiße Scheiße Come on Die darf nicht fallen Die darf nicht fallen Come on, come on, come on Die Burg muss hoch, Alter Schieß Schieß Come on Come on Come on Yes 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 Yes. Guter Schuss. Geh hoch! Konzentriert euch auf die da unten! Come on! Der baut das fertig! Der baut das fertig, der eine! Schieß ihn ab! Nein! 90 Prozent! Du baust es fertig, du bist der fucking Hero-Villager, come on! Come on! Komm schon! Yes! Komm! Baut das doch, bitte! Oh, die Mange nervt, aber krieg ich die irgendwie? Stell den Mönch! Die kriegt das fertig! Hero-Villager, come on! Ich vernachlässige meine ganze Wirtschaft, egal! Schieß ihn ab! Den auch! Yes! Ja! Ja! Schnell imp! Oh! Meine Güte! Oh! Das war so wichtig! Oh! Oh! Ich hab meine Wirtschaft komplett vernachlässigt! Yes! Okay, come on! Geiles Spiel aber, Alter! Okay, Bogen! Elite, 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 Alter! Ich komm jetzt richtig raus! Oh, fuck! Der hat diese Wichsdinger! Scheiße! Ich brauch andere Gebäude hier! Dammit! Nein! Die geht runter! Ich hab das vergessen, dass der diese Scheiße auch bauen kann! Ja, Bau halt das Feld da, du Depp! Gib mir Bogies! Komm man, alles, was ich hab, muss da drauf! Nein, die geht runter! Fuck! Ich hasse fucking Drumböcke! Ich hab viel zu spät hier noch Reinforced! Aber ich bin gleich Imp-Freunde, dann gibt's nen Tribok! Dann ist hier vorbei! Dann ist hier vorbei! Die bringt gar nix dagegen! Den muss ich hier! Der baut doch nur Trash, ey! Egal! Come on! Ich mach da noch Chevalier draus! Ich brauch unbedingt Elite-Langbogen-Schütze! Wir greifen jetzt von anderen! Wir machen Dienburg, machen wir auf Platte, und dann gehen wir hier durch mit Tribokken! Ich hoffe, er hat mich auch hochgeklickt! Das ist das einzige, wofür ich so ein bisschen Schiss hab! Chemie brauchen wir noch! Okay! Kommen wir auch noch vor! Wir brauchen immer wieder schon vorne! So, Elite-Langbogen-Schütze! Incoming! Come on! Gib mir jetzt Imp! Und ich brauch noch ne Burg hier vorne! Ich brauch... Ah! Ich brauch Stein! Okay, wir sind zuerst Imp! Ganz wichtig! Zwei Triböcke sofort bauen! Direkt die zweite Burg, damit wir mehr Langbogen-Schützen rausballern können! Chevalier, ganz wichtig! Geil! Läuft! Ich glaub, das Ding haben wir! Und dann bauen wir hier Elite-Langbogen-Schütze! Ja, du stirbst auf jeden Fall! So, die Upgrades nicht vergessen! Aber Lästen mach ich jetzt nicht! Und nachher noch ein paar Scouts untermischen, falls er mit... Äh, wo, 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 wo? Ready, yes! Ah, der hat auch... Woher hat der denn vor mir einen Triböcke? Ich wär doch... Ich dachte, ich war vor ihm! Ich dachte, ich war vor ihm! Was machst du denn? Wieso gehst du da rüber? Du Depp! Was macht der denn? Wieso ist der doch vorgegangen? Nein! Was war das denn für'n Scheiß? Yay! Wo ist der zweite Tribog? Gib mir den! Wo hab ich den Wegpunkt dahin, oder was? Wo ist denn der Wegpunkt? Ach, ich muss das reparieren! Die soll mal reparieren hier! Geh mal dahin, geh mal dahin! Scheiße! Jetzt kommt der wieder... Naja, die... Jetzt hab ich... Bin ich... Ja, jetzt bin ich vorbereitet, mein Freund! Ich brauche noch'n Tribog! Jetzt bin ich vorbereitet! Ja, Mann! Ja, Mann! Jetzt läuft's! Ah, Mann! Mist, aber dass der eine Tribog da rumgelaufen ist! Ich hab' keinen Stein mehr! Stein, 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 Stein! Nein! Nicht einkaufen! Verkaufen! Ganz wichtig, die Burg! Die muss bleiben! Wenn ich sie damit dritten ist! Ja! Man muss das mal haben! Reparier das doch! Dammit! Ich brauche mehr Stein! Ich muss jetzt raiden, einfach. Ja, reparieren sollst du! Nicht genug Gold, ich brauche Gold. Und er raidet hier? Er raidet hier, oder? Fuck! Fuck! Ich verkack das noch, ich sag's euch. Okay, die machen auf jeden Fall gut Damage jetzt. Braucht Gold! Gib mir den Tribog noch ein. Ah! Schnell! Repariert! Nein! Jetzt rate ich mal hier, die sind alle weg. Wo sind überhaupt meine ganzen Langbogenschützen? Oh, Freunde, das sieht nicht gut aus. Scheiße! Braucht dringend Gold. Okay. Ich muss das gewinnen, ey. Das kann nicht sein. Ganze Armee verloren, ey. Scheiße. Da sind die! Ich muss raiden, ich muss irgendwas machen. Was macht... Wieso baust du ein Feld? Nein. Egal. Raiden, raiden, raiden. Raiden, raiden, raiden. Die Burg fällt auch. Ich glaub's nicht, ey. Ready. Wo ist das andere Gold? Ja. Leute, ich verlier des Kips aus der Hand. Ich gif's aus der Hand. Boah ey Ich hab das mit dem Gold einfach verpeilt Ich hab viel zu wenig Gold abgebaut Das fehlt mir jetzt, mega Ähm Viel zu viel Holz, die sollen jetzt mal Ordentlich fucking rankarreniert Ich hab das, ach Leute Wollt ihr mich flaxen Ich hab das fucking Gold Upgrade noch nicht Das ist gar kein Wunder Und das fucking Stein Upgrade auch nicht Mein Gott So, raiden die wenigstens ordentlich hier Ich nutz nicht mal die Reichweite von Langbogenschützen Ich bin der größte Vollidiot Guck mal, ich steh hier auf dem Präsentierteller Mit Langbogenschützen Die von einem Kilometer weit Treffen können Ja, die sind jetzt einfach tot Ist mir jetzt auch scheißegal Okay, guck mal Konzentrier dich jetzt mal Wir machen fucking Arbalesten jetzt Guck mal, das Gold kommt jetzt voll rein Weil ich jetzt die richtigen Upgrades hab Mein Gott So, die bauen jetzt irgendwo Stein ab Auf dieser gottverdammten Scheiß-Map Wo ist Stein? Geh da hin einfach Wenn da kein Gold ist Dann kommen wir bloß nicht ohne Gold zurück Du Arsch So, ich brauch Gold jetzt ohne Ende Wir ballern jetzt die Albalestenschützen raus Und mischen das Ja, wir mischen mal ordentlich leichte Kavallerie jetzt hier rein Wir haben mega viel Nahrung Das ist eine gute Wahl So, wo gab's den Angriff gerade? Ja, mein Gott Lass mich halt in Ruhe Den einen krieg ich, oder? Nein So So, die werden jetzt rausgeballert Wo ist hier Stein irgendwo? Oh Mann, ey Warte jetzt Ich glaub, das war die richtige Wahl Ich muss es anders lösen Ich bin einfach zu dumm Um irgendwie mit Tribocken Siege zu machen Das ist immer schon mein großes Manko Siege ist einfach Kann ich nicht Ich bin da einfach irgendwie zu unfähig für Aber hier, mir brauch ich kein Trash Da bin ich zu stolz für Baller die jetzt mal richtig schön raus Wir brauchen noch mehr Upgrades Wir brauchen Upgrades auf die Pferde Da ist nochmal Gold Geil Das sind jetzt richtig geil viele Come on Leute, das wird der Gamechanger Ich hab vieles falsch gemacht in diesem Spiel Aber die Entscheidung war richtig Aberlisten und auf leichte Kavallerie Braucht die Upgrades Ganz wichtig Sonst geht da gar nix Deswegen brauchst du einfach eine fucking Schmiede nochmal Die Aberlisten sind bockstark Ja man Richtige Wahl Richtige Wahl Eigentlich eine richtige Entscheidung getroffen In diesem Spiel Und noch Chemie Okay Ich brauch aber trotzdem einen Tribog am Ende des Tages Nein, ich brauch, ey Ich brauch auch Ramen Ich brauch auch Ramen Fuck you und deine scheiß Ramen Mach jetzt auch welche Geil Das ist eine Armee Die kann sich sehen lassen So, jetzt gehen wir mal Macht er hier noch Stress? Egal Okay Fuck Wo? Okay, das ist nicht so schlimm Okay, come on Let's do this Let's fucking do this Ich brauch eigentlich die Ramen jetzt dringend Ich lauf da jetzt einfach vorbei Come on, das ist jetzt der Push Das ist der fucking Push Das ist der Push jetzt, Leute Geh weg von der Burg Ich muss durchlaufen Der darf nicht sitzen, der Schuss Ja, ein bisschen spät, der Split Okay, die sind alle tot Nice Oh mein Gott, ey So, jetzt einfach nur Wirtschaft Nur snipen Come on Gib auf Die sind bockstark, die Abolisten Mach die noch fertig, komm Der hat nix mehr außer Trash So, die sollen jetzt einfach weiter So, jetzt schnell Äh Nahrung verkaufen So, und nochmal eine Runde Abolisten rein Okay Die machen auch noch ein bisschen Damage Nice Ey Leute, ich weiß, es sieht messy aus Aber ich glaube, ich bin Hab hier grad die Oberhand Was fehlt mir denn? Nicht genug Holz Ist okay Ich brauche nochmal Muss ich tauschen Ähm Wir brauchen dringend die Rammen Nicht genug Gold Ah Mein Gott Die machen auch nix Ich spüle doch nur ein paar Rammen Das wird gut Das wird sehr gut Die machen den platt Die gehen da rein Und die snipen sich ein paar Villager ab Leute, das sieht gut aus jetzt Sieht gut aus Hätte ich bloß Husare, ey Das ist GG, Leute Das ist GG Come on Don't do this to me Ja Come on The fuck Boah Ich liebe dieses scheiß Spiel, ey Das ist ja unfassbar Boah, ey Viele Fragwürdige Sachen gemacht Aber Immer ganz gut reagiert wieder Geiles Spiel, ey, oder? Geiles Spiel Hat richtig Bock gemacht Sehr krass auf Augenhöhe Immer hat er Er hat viel Trash gebaut, klar Aber, ähm Ja, man muss halt da irgendwie Dann auch Ja, das mit den Triebocken Hab ich halt verrafft Ich dachte echt Ich wär erst Imp Und dachte mir so Okay, easy going Ich baue jetzt irgendwie zwei Trieböcke Und dann ist die Sache auch geritzt, ne? Oh, Redhead Donnie In full effect Alter, das ist jetzt mein Gehirn Pumpt einfach das ganze Blut gerade Was normalerweise in meinem Penis drin ist Jetzt gerade in meinem Gehirn Und das ist halt sehr viel Blut Ähm Ja, geil, ey Wie habt ihr's gefunden? War krass, oder? Ich mein, das war Irgendwie, äh Ich glaub, das war die richtige Entscheidung Auf Abbalesten zu gehen Die Abbalesten sind Ach, wir bleiben mal auf der Komm, die Kamera ist weird Ähm Ich glaub, die richtige Entscheidung War auf Abbalesten zu gehen Im Endeffekt Ich hab natürlich auch die Mal wieder die Reichweite Der, äh Langbogenschützen nicht genutzt Was einfach Quatsch ist Das muss ich viel besser Micron, ne? Also wenn du schon Eine Einheit hast Die unfassbare Reichweite hat Dann bleib doch im Hintergrund Mit denen Und schieß von hinten Mit so 10, 15 Stück Und dann schickst du Um die Sperrmänner, ja Irgendwie zu kontern Da hätt ich Mehr Mangen bauen müssen Von vornherein, ja Also als ich schon am Anfang gesehen hab Dass er mit Äh, weiß ich nicht 10 oder 15 Ähm Pikemen da ankommt Müsste ich schon eigentlich Sofort reagieren Okay, ne Forward Siege Workshop Zwei, drei Mangen raushauen Die hinten stehen lassen Bei den, äh Langbogenschützen Und dann halt zum Raiden Vielleicht ein paar Ritter oder so rein Weil dann muss er sich ja entscheiden Solche Sachen Aber da lernt man halt auch immer draus, ne? Das hat richtig Bock gemacht, Alter Ich glaub, wir machen ein kleines bisschen Werbung Oder wie sieht's aus? Jo Machen wir Ja, wir machen ein kleines bisschen Werbung Liebe Freunde, bleibt einfach dran Und, äh Vielleicht spiel ich da noch eins Oder vielleicht analysieren wir noch so ein bisschen Ansonsten bis gleich Hallo, herzlich willkommen zurück Ich möchte aufmerksam machen auf dieses T-Shirt Was ich alle trage Denn das hier Wir gehen das nochmal kurz durch Schön, dass ihr alle mit dabei seid Ich sehe euch im Chat Ich hoffe Ich glaube Ich denke Euch hat das Spiel auch gerade gefallen Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht Das war richtig, ähm Eigentlich 100 Wenn du so ein Spiel wie jetzt hast Er hat dann direkt schon Plankler gebaut Ich bin nochmal Gehirn anstrengend Was kann ich jetzt kontern So immer ruhig bleiben und so Und ich find's immer geil Wenn man dann es durchzieht Und dann gewinnt Deswegen bin ich auch so ausgerastet Weil dann denkt man so Alter, das war erarbeitet Arbeitssieg So sieht's aus Alles klar Geil, Leute Wir spielen nochmal eins Äh Und zwar Wir gucken mal hier rein Was wir so machen können Also Mehr Spieler Wir gehen auf Einleiten Wir gucken einfach Kann wir spielen nochmal mit irgendwelchen Leuten Das passt doch Einleiten Ähm Und ich mach schon mal ein paar zu Weil ich geh davon aus Es werden jetzt wieder viele reinkommen Äh One v one Und wisst ihr was Wir machen Arena, Freunde Wir spielen mal Arena Einfach nur mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen Äh Ich glaub ich muss hier gar nicht den Titel ändern Jetzt kommen schon die ganzen Üblichen Verdächtigen Guck mal hier Der Sunshine Oder die Sunshine Ich weiß nicht Auf jeden Fall die Westenfront Die sind immer so ne Die sind immer sofort da Du bist mir leider zu gut Es tut mir leid Sei mir nicht böse Ciao So wer war zuerst da Ich hab's nicht gesehen Ich glaub hier Jenny ist so von der Elo her Am nächsten Deswegen nehm ich jetzt einfach Äh Sie oder ihn Jenny oder Jenny Keine Ahnung Lasst es mich wissen Hashtag kalte Finger Okay Moinsen So wir spielen Arena Und er ist schon auch bereit Und ich mach auf zufälliges Volk Ich zieh mal ne Kopfhörer auf Und wir Ähm Zocken jetzt nochmal ne Runde Donny ich spiel ohne Goldeinheiten Okay Ja ciao Als ob ich das jemals machen würde Mit so ner Schmach zu leben Ciao Okay Ähm Sehr kleine Eroberung Blablabla Alles klar GLHF Wo war das nochmal 773 War die falsche Entscheidung Ne es war die falsche Entscheidung Ah Er ist auch einer Was war nochmal GLHF Äh ey Ich hab keine Stein Fucking Ablagerung Okay let's go Okay Oh wieder Briten Äh Hätt ich jetzt ehrlich gesagt Lieber ein anderes Volk gehabt Ja schade Hätt ich jetzt irgendwie gerne Ich hab mich ein bisschen gefreut Auf was anderes Jetzt hab ich nochmal Briten Bilden Bilden Equillen Das ich soll Holzer So Ja Arena Muss ich nicht viel sagen Dazu oder Ich mein Ich bin da auch nicht ganz sicher Wie viele Leute jetzt gerade Im Chat Oder ähm Auch bei den Zuschauern Dabei sind Die jetzt so Neulinge sind Wie ich mal jetzt noch so Erklären sollte Ich mach's einfach mal Also Arena ist ne Map Da ist man Vor Sogenannten Rushes Geschützt Man hat von vornherein Ein großes Steinwall Und kann in Ruhe Eigentlich normalerweise Den Zumindest den Aufbau In Ruhe tätigen Ohne gestört zu werden Das heißt es geht hauptsächlich Hier rum Das Schaf ist jetzt richtig scheiße Äh Es geht hauptsächlich hier rum So schnell wie möglich In die Ritterzeit zu kommen Und ne Burg zu bauen Also entweder offensiv Oder defensiv Und dann seine Sondereinheiten Sozusagen zu nutzen So würde ich das jetzt mal In der Kürze erzählen Beide Boss sind drin Das ist sehr gut Das gefällt mir Äh Müssen nur noch Unsere anderen Schafe finden Er kann vielleicht Noch hier runter laufen So Man hat auch reichlich Ähm Reichlich Ressourcen Eigentlich in seinem Äh Wo ist eigentlich mein Scout hin Ich hab ihm noch Keine Nummer gegeben Okay Das ist dumm Ich hab den mit den Schafen Reingeschickt Passiert Das wird dem besten Achso das ist hier Ah ok mein Fehler Alles klar Ja Was wollte ich noch sagen Ja das Schaf muss mal Ganz schnell jetzt dahin Sonst haben die nix mehr Zu fressen hier Die Jungs Ja man hat reichlich Ressourcen Ich hab ja auch ohne Pussywood spiele ich jetzt Normalerweise An meinem Account Ist dann Pussywood Eigentlich Also die Kleines Holz Das kann Florentin Gar nicht leiden Das war jetzt ein bisschen Schlecht Dass die da so lange Warten mussten Aber alles nicht ganz So schlimm So Da geht's also nicht weiter Da ist Holz Alles klar Das ist also mein Ah ich Bevor ich's lösche Guck ich lieber Ich hab letztes Mal Neulich Da hab ich leider Viel zu früh Meine Mauer gelöscht Viel zu voreilig Dann war das gar nicht Das war dann quasi außen Und nicht irgendwie noch so in Jetzt sind die da auch wieder Eidel Ewigkeiten Komm Scheiß drauf Das sind nicht gute Sachen Die ich mach Ja immerhin ein bisschen Holz gesammelt Besser als wenn sie Nur rumstehen Und gar nichts tun Sag ich immer So weiter scouten Oh wir sind sehr nah Eieiei Guck mal das an Das ist richtig nah Heidewitzka Gatterer Hunter 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 Uiuiuiui Sind wir nah dran Das ist ja Unfassbar Muss mal schnell gucken Wo die Relics sind Weil das ist auch Ja das ist auch wichtig Ganz wichtig auf Arena Ist die sind die Sogenannten Reliquien Die Dinger hier Die sorgen Wenn man ein Kloster baut Und sie einquartiert Dafür Dass man stetig Gold Bekommt dafür Ist auf dieser Map Sehr wichtig Diese sozusagen Zu sichern Hunter Hunter So ich spiel grad Sehr schlampig Bau nicht genug Dorfüber danach Den schicke ich Eigentlich auch Zu spät los Egal Es ist das Schöne Auch an Arena Dass man trotzdem Auch ein bisschen Seine Ruhe hat Also man kann halt In Ruhe aufbauen Hunter Hunter So das haben wir Ganz gut gemacht So die sind jetzt Auch nicht so lang Eitel Das Ding ist jetzt Aufgefressen Das war eigentlich Gar nicht so schlimm Dann nehmen wir Den schwachen Dorfbewohner Und bauen damit Ein Feld Können wir zwei Gleich machen Hier haben wir jetzt Sechs Das passt Jetzt drücken wir Noch ein paar Auf den Bohr Müssen gleich ein Haus Bauen Bei 18 18 Pop Hier oben seht ihr es 19 Ist ein bisschen Zu spät gebaut Aber es wird Eigentlich noch Wahrscheinlich reichen Sodass wir nicht Population Cap sind Das wisst ihr doch Alles schon Was erzähl ich euch Das denn Ihr seid doch Geile Geile Age-Mäuse Ihr wisst doch alles Könnt jetzt auch Deal-Learn Mach ich aber nicht Weil ich zu faul bin Er steht richtig scheiße Hier Er muss mal hier Auf die andere Seite Gehen Der Kollege Ähm Jo Noch mal ein bisschen Scouten hier Die Ecke Punktemäßig sind wir vorne Warum auch immer Wir wissen ja auch nicht Wie gut oder schlecht Unser Gegner ist Oh das ist gut für uns Hier bauen wir auf jeden Fall Dann Eine Burg hin Das nimmt seinen Stein Und sein Gold weg Das ist unser Ziel Äh Da eine Burg hin bauen Wäre geil Ich hoffe er guckt den Stream nicht Und weiß jetzt schon Was auf ihn zukommt Ähm Aber wir gehen jetzt einfach davon aus Dass er ein Ehrenmann ist So Das ist nicht so sauber hier Ohne Pussywood ist schwieriger Ich kann ja gar nicht Da Das ist schwer zu Äh Dingsen hier So Wo ist mein Gold Habe ich kein Gold Im Doch Da ist mein Hauptgold Sogar Sehr gut Haushammer vergessen Scheiße Auch nicht gut platziert Egal Ist alles sehr schlampig Alles sehr schlampig Ja Aber die Erfahrung Krackt ja Wenn ich so schlecht Im Anführerspiel Spiele ich meistens Im Late Game besser Und umgekehrt Wenn ich gut im Early Game bin Dann bin ich meistens Schlecht im Late Game So Brauchen wir nur zwei Alles klar Also ich gehe mal stark davon aus Dass er vor mir In der Castle Age Sein wird So Dieses Schaf liegt richtig scheiße Deswegen holen wir uns einfach Das zweite rein Dann sollten die beiden Jetzt schon mal anknüstern Die nicht an das Schaf kommen Offensichtlich Weil sie zu blöd dafür sind Und Die beiden Gefallen mir nicht Wie die da Holzen die So mal hier hin Und dann klicken wir Gleich mal hoch Mit 28 Ist eine gute Zahl Können wir auf jeden Fall Fast Castle machen Also Fast Castle Wird es jetzt nicht mehr Aber ich denke mal So 17,30 Oder so vielleicht Und Ja Wir wollen einfach nur boomen Also wir wollen So schnell wie möglich In die Imperialzeit kommen Gute Wirtschaft aufbauen Ähm Den wirtschaftlichen Vorteil nutzen Und unseren Gegner vernichten Ähm Ich muss Oh Ich bin dumm Ich muss auf Stein gehen Natürlich Ablegen Zack Das ist ein bisschen Das könnte jetzt ein bisschen Zu spät gewesen sein Weil wir wollen ja Ganz schnell Eine Eine Burg bauen Ne Das ist ganz wichtig Muss man meine Base Erscouten hier unten Das ist auch noch wichtig Auch vergessen So Jetzt habe ich recht viel Vom Holz abgezogen Auch nicht so optimal War das vielleicht Ein bisschen zu much Ja Das war too much Das gute an den Briten Ist übrigens Dass die Die Dorfzentren Sind deutlich billiger So Ich habe jetzt nicht genug Hals für meine zwei Gebäude Um Fastcastle zu machen Das ist einfach schlecht Von mir Mal wieder Da bin ich auch nicht Zu streng mit mir Das ist einfach realistisch Jetzt kann ich nur das eine Bauen Die Schmiede Und muss jetzt Warten bis ich Holz habe Um Deinen Marktplatz zu bauen Whack Nervig Dumm Das war es Mit unserem Fastcastle Ja Das wegen dem Stein Das hätte ich von vornherein Das ist halt einfach die Gewohnheit Man ist so von Arabien gewohnt Dass man Auf keinen Fall Auf Stein geht Ähm Ja und dann passiert das halt Dann So Jetzt ganz dringend Das Normalerweise hätte ich Jetzt schon hoch Dann mache ich ja wenigstens Das ein Zoom So Fehlt mir noch Ja Scheiße Gucken wir mal Hoppen wir mal Ob wir so ein Pocket Noch haben Oder sowas Hashtag Rechtfertigungstourney Ja Naja Ist nicht immer Rechtfertigung Manchmal ist es einfach Die pure Realität Die Mauer brauchen wir nicht Wir gucken Wir hoffen dann Dass wir was geiles haben Ein Gold immerhin Scheint nicht viel los zu sein Okay Also Zack Zack Hoch Jetzt mega Stein pumpen Alter Holz upgrade machen Und beten und hoffen Dass wir vor ihm in der Ritterzeit sind Aber wir wissen es jetzt schon Sind wir auf keinen Fall Glaube ich nicht Da muss er schon ziemlich schlecht sein Wenn er jetzt Nicht vor mir in der Ritterzeit ist Gehen wir mal ein bisschen Holz bitte Ein bisschen Holz bitte Ja das ist echt ein geiler Platz Für ne Burg Ey ich hoffe Ich hoffe das klappt Ja noch sind wir gut in der Zeit Also Kann sein dass wir doch zuerst hoch sind Dann hat er vielleicht Man weiß ja nie was beim Gegner los ist Vielleicht hat er auch ein paar Sachen verkackt Oder so Oh geil Und er ist sogar auf dieses Gold Das wäre so hammergeil Geht's mit diesen schon mal vor Mit sechs Dorfbewohnern gehe ich jetzt da rüber Ähm Das sieht er jetzt wahrscheinlich hier Mega YOLO Mega YOLO Leute Dann bauen wir auch noch ein Kloster gleich Und ein paar mehr Dorfzellen drin Hier machen wir eins hin Und hier machen wir eins hin Ja wie gesagt Also die Dorfzellen Mega billig bei den Briten Kosten nur 133 Holz Okay er ist vor uns da Aber ich glaube die Burg Kriegen wir trotzdem hoch da oben Das wäre natürlich nice Ach dammit Natürlich kein Stein So jetzt aber So jetzt erstmal schön einfach Wirtschaft aufbauen Und hoffen dass diese Burg hoch geht Oh jetzt kommt er und baut einen Turm Der Turm hat aber nicht die Reichweite bis da hinten So mit ihnen locke ich das Feuer an So mit ihm locke ich das Feuer Und die bauen die Burg auf Wo läuft er? Baut das Baut diese Burg 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 Nein! Yes. Ah, nein. I gotta reinforce! Der kriegt ja mich nicht, ne? Da! Nein! Und ich hab null Wirtschaft gemacht währenddessen. Ah, das ist so erbärmlich, ey! Come on! Baut die Burg hoch! 88 Prozent! Das war so peinlich! Ah, Mann! Ich möchte nicht drüber reden! Wie willst du die Downcastle, ey? Aber die kriegen das fertig, come on! Ich brauch schnell einen Ritter! Ah, nein, ey! Das war so peinlich! Ah, ich will... Ah! Nein, jetzt hat er da einen Bogenschutz! Oh, Mann, ey! Scheiße! Gut, aber die krieg ich auf jeden Fall noch hoch! So, gib mir einen schnellen Ritter! Ah, ich könnte auch eins bauen schnell! Ich Idiot! Natürlich, natürlich hab ich kein Holz! Ähm... So, all in, Alter! Aber hey, eins muss man mir lassen! Mit mir ist es immer spannend! Eieieieiei! Da heult's halt irgendwas ab! Ist mir doch egal! So, ich brauch nen Mönch schnell! Gib mal Gold! Kart mal Gold ran hier! Freunde! Oh! Ach, ey! Das läuft alles gar nicht gut! Oh! Ich will doch einfach diese Burg aufbauen! Die machen die bald fertig! Oh! Ich glaub, der Ritter rettet uns! Ey, aber ich sag's euch! Wenn die Burg hochgeht, haben wir den übelsten Vorteil! Das ist so viel von seinem Scheiß! Nicht zeigen! Ich zeig euch nicht! Ja, Mann! Geh rein da! Geil! Jetzt mach ich die... Jetzt mach ich den Turm kaputt! Baut das doch hier jetzt auf! Nein! Goddammit! Nein! Baut diese Burg! Einfach auf! Nein! Baut diese Burg! Baut diese Burg! Baut diese Burg! Nein! Aber er kriegt sie nicht tot! So! Ey, es ist alles wie Viper sagen würde! Es ist alles Teil des Planes! Es ist alles Teil des Planes! Alles Teil des Planes! Oh Mann, ey! Bullen! 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 So, jetzt kommen die... Die sind doch jetzt mal die Heroes! Das sind doch jetzt mal die Heroes, Alter! Aber jetzt baut er auch noch einen Speer, Mann! Ich glaub's ja nicht! Nein! Jetzt kommen diese fucking... Jetzt kommt der mit so'n Scheiß! Nein! Ich hab keine Upgrades! Nein! Das ist GG! Das ist GG, Leute! Das ist GG! Das ist... Ich hab alles... Scheiße! Die verrecken alle! Ich schlag' ich jetzt tot hier! Ach... Das ist so lächerlich! Ich will noch mal anfangen! Mann! Das ist so ärgerlich! Ah... Ich will dazu nichts mehr hören! Ich sag' dazu nie wieder was! Das war das Schlimmste... Das war das peinlichste, erbärmlichste... Was ich jemals in Age of Empires gemacht hab' Ich schäme mich! Ich schäme mich! Ich schäme mich! Einfach wirklich! Ja komm, wir machen den trotzdem platt jetzt! Mit Langbogenschützen hier! Was hat denn er überhaupt? Von Gulen! Okay! Ja! Oh, noch ein Dorfzentrum hier! Scheiße! Scheiße, ey! Ich sag' jetzt gar nichts mehr dazu und mach' das einfach wieder gut! Ich geb' jetzt nicht auf! Nein, nein! Das machen wir alles wieder gut! Ohne Witz! Das ist nicht unser Ding, Allah! Wir machen... Wir machen's wieder gut! Dich! Konzentrier' mich jetzt! Da! Ich seh's im Chat! Just do it, Donny! So sieht's aus! Ihr steht hinter mir! Komm' mal, wir kriegen das hin! Wir machen das wieder gut! Wir holen uns die fucking Reliquien, Allah! So! Und dann bauen wir hier schön einen Mönch, dass er den Mönch... ... einen Ritter, dass er den Mönch verteidigt hier! Lass uns das nicht nehmen! Dasaben jetzt schon mal ein paar Upgrades... Ohne jetzt einfach alle Reliquien, Alter. Aber es war auch ein bisschen knapp mit der Burg, muss man auch mal sagen, Freunde. Boomen jetzt einfach. Wir boomen uns zurück, Alter. Wir boomen uns jetzt zurück. Ist mir scheißegal. So, wir brauchen mehr Nahrung. Und Holz, Alter. Wie kann man denn zu wenig Holz auf Arena haben? Da muss man doch richtig dumm im Kopf sein. So, hier, beschützen. Wo war das nochmal? Äh, wo war nochmal beschützen? Oh nein. Der ist weg. Den gucke ich nicht mehr mal an. Den Tod gucke ich mir nicht mehr an von dem Dude. Baut der Mann Dug Mango da hin, ne? Scheiße. Aber wir haben zwei Reliquien. Ist auch nicht schlecht. Ähm, okay. Meine Comp wird sein. Langbogen schützen. Elite Langbogen schützen. Und, ähm, Mönche. Nee. Oh, nee. Mehr Holz. Bitte danke. Chopp, 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 chopp. Komm mal, wir boomen zurück, Alter. Wir boomen zurück. Die Punkte kommen auch langsam wieder ran. Wir kriegen das hin. Wir brauchen schnell die Burg. Eine Defensivburg natürlich dieses Mal. Eine schamhafte Defensivburg. Wir haben keine Dorfwohner dafür. Habe ich nicht irgendwo. Ja, komm. Deine Mango da will ich dann bekämpfen mit, ähm, Mönchen. Und den Rest mit, äh, Lagenbogen schützen. So, wir können gleich mal. Ja, er soll er haben. Ist mir egal. Aber der kommt mit. Ich hasse Rammen. Ich hasse Rammen so hart. Ich hasse Rammen so, ich baue sie selber nie, aber ich hasse sie einfach so hart. Mann, ich weiß, jetzt kommen die da rein mit den Rammen. Dann bin ich schon GG wieder. Sie ist jetzt schon gekommen. Bin gleich wieder GG. Baut das doch bitte. Danke. So, mehr Stein, bitte. Ich habe so abartig viel Scheiße gebaut in diesem Spiel. Das ist ja unfassbar. Ich brauche noch eine Burg einfach mal. Ich brauche noch eine Burg einfach mal. Jetzt kommt er da mit seinen Scheißdingern rein. Ich habe keine Infanterie. Sie sind aus und mit dem, was ich sage. Ich habe es. Jetzt kommt er. Ich bin jetzt nicht. Sie ist nicht. Sie sind nicht. Ich bin jetzt. Ah, da steht er schon. Okay. Jetzt kommen wir an Mönchies. Ihr seid geil. Ja, er guckt sich um, er guckt sich noch um. Ich hole mir die Mango da jetzt, Alter. Die hole ich mir. Ich hasse diese fucking Rammen. Quartier die doch ein. Mango da sind auch echt stark, ey. Gar keine Upgrades auf die Schützen. Das ist alles einfach Quatsch. Ich bin GG. Das macht gar keinen Sinn, hier noch zu spielen. Oh, meine Burg macht die alle platt. Haha. Okay, unexpected change of events hier. Da hat er Mist gebaut, der Kollege. Da hat er nicht drauf geachtet. Okay, da habe ich echt Glück gehabt. Ha. Lol. Freunde, das war ja mega duselig. Jetzt kann ich ja doch noch meine Upgrades machen. Was war das denn? Der hat die einfach alle aufgegeben. Oh, ich brauche Ballistics. Schnell, scheiße. Ah, Bogenschützen sind gut gegen Mango da. Oh, klar. Machen wir mal hier noch ein bisschen. So, wir haben schon unsere Helle Badiers. Auch gut. Ey, ich weiß nicht. Ich glaube wieder dran gerade. Ich bin punktemäßig auch wieder vorne. Das hat er einfach verkackt. Der hat die Einheiten im Burgfeuer stehen lassen. Das ist mir auch schon oft passiert. Und ich glaube, jetzt können wir es drehen, Freunde. Wir brauchen nur noch die Upgrades schnell. Die haben ja viel zu spät angefangen. Mit meiner dummen Burg am Anfang da alles verkackt habe. Aber ich glaube, wir haben die bessere Wirtschaft. Wir brauchen nur noch mehr Holz. Okay, und die Eliteis, die kommen raus, Alter, bald. Was ist denn noch? Der ist immer noch Ritter. Au, ich brauche einen Triebock bauen, Alter. Der ist ja noch Ritterzeit. Der ist Ritterzeit. Ich depp. Der ist all hingegangen. Ich brauche noch eine Burg. Fuck, ich Idiot. Scheiße. Ich bin ein Idiot. Oh Mann, ey. Das hätte ich schon viel früher kennen müssen. Ja Mann, jetzt komm her. Ja, das kann der überhaupt nicht. Da kann er nichts gegen machen. Jetzt Elite-Bogenschützen noch schnell upgraden. Okay, Leute. Das Blatt wendet sich hier. Und ich muss für meine Helle-Bardiers, die müssen noch stärker werden. Okay. Ich habe wieder Hoffnung. Ich brauche Ballistix. Wo habe ich dieses scheiß Dings hingebaut? Guter Kampf für uns. Guter Kampf für uns. Gut für uns. Ja. Hau ab. Burgst down, bitch. Okay. Ja, das ist eine gute Kombo, Helle-Bardiers. Tschüss. Okay. Scheiße, kein Holz. Das gibt es doch nicht. Wo geht ihr hin? Geht weg. Ja. 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 Die haben eine geile Reichweite. Guck mal. Ja. Okay, sieht gut aus. Sieht gut aus, Freunde. Der holt mein Gold hier vorne nicht. So nehme ich nicht. Die kann ich snipen. Die kann ich snipen. Ja. Die Reichweite. Der kann er nicht. Rein da. Rein da. Rein da. Rein da. Rein da. Rein da. Leute, wir gewinnen das. Nach diesem Scheiß-Start gewinnen wir das tatsächlich. Ich bin fertig. Okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall das Gold holen hier. Scheiße. Wo ist er? Wo ist er? Habe ich noch ein Gold irgendwo? Fuck ey. Ach, dammit. Mit der Bug hier habe ich nicht gerechnet links. Wo sind denn die ganzen anderen Bogenschützen? Okay, okay, okay. Okay. Ich brauche auch schnell Siege. Ich brauche auch schnell Siege. Wo läufst du denn hin? Ach, der zieht auf die Dorfbohne. Nein! Nein! Oh mein Gott, war das ein krasser Schuss. Mach diese Burg fertig. Ich habe kein Gold mehr. Nein, ich habe kein Gold mehr. Ich kann, ich bin GG. Ich habe kein Gold mehr im Lager, Freunde. Der hat das gut gemacht. Der hat mein ganzes anderes Gold weg. Und ich weiß nicht, wo das andere ist. Jetzt habe ich alles schon aufgebraucht. Immerhin, das mache ich okay. Wo lauft die denn hin? Was will er denn? Okay. Oh Mann, ey, ich mache nur Scheiße hier, echt. Ich habe kein Gold, ey. Ich muss alle... Ich habe keinen Bock auf das Traden hier. Nervt. Okay, come on. Ich habe doch ohne Ende fucking Ressourcen. Jetzt gib mir doch mal eine geile Armee, du Arsch. Okay, wieder konzentrieren. Punktemäßig auch vorne. Das ist irgendwie... Ich bin echt schlecht gegen Trash. Ich weiß immer nie, was ich gegen Trash machen soll. Oh, die Upgrades habe ich alle. Habe ich noch ein Upgrade übersehen oder so? Chemie. Muss ich mal ein bisschen vorwagen jetzt hier langsam. Muss das hier einnehmen, ey. Ich muss unbedingt das Gold einnehmen. Ähm. Okay. Die sind alle idle hier, diese Villager. Ich weiß. Gut gedodged. Oh man, die nerven, ey. Die fucking... Oh nein, ach ja. Sterb halt. Ich bin einfach zu schlecht. Scheiße! So, die snipe ich jetzt weg hier. Oh, die Ohrenhange sind stark, ey. Fuck! Oh, Leute. Ich bin fertig mit den Nerven. Ich will doch nur dieses Gold haben. Okay. Ich hab ne Idee. Schlag ihn mit seinen eigenen Waffen, Alter. Soll ich wieder auf Abelästen gehen? Ne, ich mach Mönch... ähm, Dinge. Ja, klar, ich brauch wieder Scouts. Wer weiß, vielleicht holen wir uns das doch noch. Ich hab keine Ahnung. Ist mega das komische Spiel. Äh, ja. Okay. Okay. Ah, ich hätt so gern ein anderes Volk gehabt. Okay. Aber der hatte echt ein paar gute Schüsse, ne? Mit seinen... Aber die Mango-Daisen nicht so gut gegen Briten, hab ich gemerkt. Das ist schon mal gut für uns. So, könnt ihr... Dinge könnt ihr mal reparieren. Okay, er lässt uns halt auch atmen zu lange, ne? Das ist auch so ne Sache. Okay. 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 Schuss Oh Jepate 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 Okay, guck mal wie weit die schießen, das ist echt so hart Das ist echt so hart Einmal diese Bogenschützen Trauer uns halt beide nicht so richtig, ne? Komm an jetzt Pass auf deine Einheiten auf, Donnie Der hat so viele da hinten noch Fuck Nein, ey Was machst du denn jetzt, Donnie? Komm mal, die kannst du alle killen hier Komm mal, geh da rein jetzt Komm Ja Ja Aber es kommt zu wenig nach einfach Kein Gold Kommt einfach zu wenig Gold Ich muss die ganze Zeit hier den Scheiß machen Das nervt halt auch Derbe Was Offensivmarkt, ja Ne, heute nicht Ich weiß es doch nicht, was ich machen soll Irgendwie bringt das alles nichts, was ich mach Ach Geh, geh, geh Einfach Einfach Das ist mir jetzt einfach zu Hartes Spiel, naja Dammit Was hatte der denn noch hier? Training für morgen? Ja Da hab ich auch so viel Scheiße gemacht Also was hat er denn hier noch Hat sehr Spaß gemacht Jo, Tito Ähm Ja Ja, also muss man jetzt sagen Der hätte viel früher pushen können und müssen und hätte auch viel früher mich GG setzen können Das war ja hier, der hat sich ja nicht richtig getraut Ständig dieses Hin und Her Äh Ja gut, ich bin gut darin den Gegner zu analysieren, was er hätte besser machen können bei mir Was ich hätte besser machen können, ist einfach diesen Scheiß hier am Anfang nicht machen mit diesen Ja, obwohl, wenn die Burg hochgeht, Alter Hab ich einen riesen Vorteil Weil, guckt euch das an Er hat dieses Gold mir auch denied Das hab ich echt gebraucht Dieses Verkaufen Klar, das hätte jetzt noch eine Weile gehen können, aber dann Ist ja auch egal, ey Irgendwann hat man auch keinen Bock mehr, der immer die ganze Zeit den Scheiß zu verkaufen Und immer mit den gleichen Einheiten da hinzugehen Ich bin auf jeden Fall zufrieden mit den Briten, äh, wie ich die benutzt hab Die haben natürlich gegen die Mango, Mandugai, äh, Mangudai Eine sehr, sehr starke Einheit, die auch genervt worden ist Mittlerweile, ähm Haben die Langbogenschützen eigentlich Piu, haben ganz gute Arbeit geleistet Äh, die Ohrenhanger von ihnen waren eine sehr gute Wahl Ähm, ja Was meint ihr? Das hätte ich besser machen können Ich hab nicht so viel auf den Chat geguckt, sondern ich hab das nicht, äh, nicht geschafft Einfach mein, mein Gehirn Grüße Marco, Marco ist auch im Chat Hallo, hallo, hallo Ähm Ja, ich hatte Ballistik auf jeden Fall Ich hatte die vollen Upgrades Ich kann mal auf den Hier einen klicken, könnt ihr mal gucken 6 plus 6, 3 plus 1, 4 Das ist doch, äh, Maximum, oder? Das hier von den Ich hab Chemie gehabt, Ballistik, äh, alle Alle Schmiede-Upgrades, ähm, defensiv und offensiv Oder geht da noch mehr? Marco, wenn du gerade im Chat bist, sag dann mir, sag dann mir, sag dann mir, antworte mir mal diese Frage Tatsächlich Nicht, dass ich was verrafft hab Wenn ich dich sehe, hoffe ich Daumenring fehlte Aber die, ne, die Briten haben keinen Daumenring Ha, da weiß ich mal was, was du nicht Ha, habt ihr das gesehen? Ich hab mal was gesagt, was der Marco nicht weiß Die Briten haben keinen Daumenring, mein Freund Ähm, die Briten, wenn die einen Daumenring hätten, wären die, glaub ich, ein bisschen zu heftig So, ähm, naja, okay Ich hab's, hat euch trotzdem gefallen Ich glaub, das erste Spiel war echt cool Das hat auch, ähm, war unterhaltsam Ich glaube, bin mir nicht sicher, ob dieses ganze Ding als VOD erscheint Ich hoffe mal, ehrlich gesagt Weil ich das erste Spiel tatsächlich recht, ähm, recht amüsant fand Das zweite Spiel Ja, es sind halt, es schleichen sich wieder Fehler ein, Freunde Die ich eigentlich mittlerweile nicht mehr mache Aber dann sie doch wieder mache Das mit der Burg war Quatsch Aber ich finde, ich hab dann wieder gut reboomed Ich finde, man sieht auch hier auf Arena, wenn man mal die Maps sieht Ähm, ich hab das ganz gut draus Mittlerweile so zu boomen Ja, ne Wirtschaft, ne gute Wirtschaft aufzubauen Nur dann kommt's halt, ne Dann kommt er hier mit Einheiten, ich weiß genau Er baut halt Elite Skirmischer Ähm, gegen meine Bogenschützen Ist ja verständlich Da muss ich viel früher auf Onanger gehen Das ist halt wieder Ich hab das sogar beim ersten Spiel genau das gleiche gesagt Wieso geh ich nicht früher auf Onanger Es ist einfach so ein Ding Dass ich bei mir Siege unbedingt noch Einfach in die Automatismen sich ein Äh, pflanzen muss Mittlerweile so was wie Er kommt mit Bogenschützen Weiß ich genau, intuitiv Okay, ich baue es Skirmischer Er kommt mit, ähm, Kavallerie Da weiß ich genau, okay, ich baue irgendwie Pikemen Das sind so Sachen, die ich am Anfang nicht drin hatte Aber mittlerweile ist es total Mhm, guck mal bei ihm rum Ähm, intuitiv so Und ich hätte das gerne Das ist mein nächster Step, den ich haben will Dass ich auch bei Siege Auch Rammen, Alter Rammen können sich mal ficken gehen Ich hab mir diese scheiß Rammen Sobald ich Rammen seh Bin ich immer sofort so Alter, okay, Rammit, GG, ciao Da kommt ne Ramme Buf, 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 buf Und ich Bogenschützen bringen nix dagegen So, ähm, gesammelt haben wir beide gleich viel Da geht auf jeden Fall mehr Das ist natürlich Ne Katastrophe, aber auch auf seiner Seite Überhaupt nicht gut Ähm, ich hab immerhin zwei Bekehrungen Größtes Herr Er hat sehr viel Militär geworfen War 82 Wirtschaft ist alles Ja, Steine Er hat mir ja mein eines, äh, Stein So, den Neid Ja, gut, am Ende bin ich draufgegangen Naja, so richtig Das ist eigentlich Quatsch So, hier Eine Ritterzeit ist akzeptabel So, kann deutlich besser sein Also ich glaub Mein Schnellstes war so 16, 20 Und, ähm, drunter komm ich noch nicht Ähm, so vielleicht mit Deerlearn und sowas Komm ich vielleicht drunter Aber das ist sehr, sehr anstrengend So, größte Bevölkerung Ja, das ist zu wenig Schon wieder zu wenig Ich hab's im letzten Spiel gesagt Das ist eine 79 Das ist eindeutig zu wenig Für ein Spiel, was eine Stunde geht So, kann man nicht Anders sagen Gibt's keine Ausreden Da muss mindestens die fucking 100 stehen Weil Das ist einfach so Ja Und, ähm, das ist einfach zu wenig Reliquiengold hat er auch mehr gehabt Ähm, ja Es gab eine Zeit Da war ich Hab ich, äh, hab ich die Oberhand gehabt Da hab ich's einfach nicht nutzen können Aber ich muss auch dazu sagen Er hat mich natürlich Es war mal wieder das Ding Bei diesem Spiel ist der Aggressor Einfach im Vorteil Er hat mich Ich war zwar in punktenmäßig drüber Aber ich war ja quasi defensiv Ja, ich sitz ja nur an der Base Und sammle Nahrung Mit denen ich nix mache Äh, sammel Ressourcen So, und er hat natürlich Da vorne schon Zwei Siege-Workshops stehen Ne Offensivburg Und da komm ich ja nicht raus So Das ist das Problem Da hätte ich viel schneller Reagieren müssen Ähm, sofort merken müssen Okay, ich hab grad so Halb die Oberhand Es läuft wieder ganz gut Jetzt Militär bauen Jetzt die Upgrades machen Und nicht irgendwie erst 15 Bogenschützen bauen, ja Und dann zwei Schmieden So eine Panikschmiede noch schnell bauen Äh, um dann irgendwie Die ganzen Upgrades noch schnell zu machen Im Nachhinein Das ist halt Quatsch So Das war's von mir Heute Donny, sei nicht so selbstkritisch Steht hier drin Ne, das ist nicht Selbstkritik Das ist eigentlich Ich glaube, das ist eine gesunde Gesunde Analyse Ähm, vom Spiel Ich, ähm Viper und andere Großspieler machen das ja auch Ich hab mir Versuch mir das ein bisschen abzugucken Das quasi, wenn man halt verliert Immer erst so die Gründe Auch bei sich zu suchen Weil nur so lernt man, finde ich Also deswegen geh ich da so hart Mit mir ins Gericht Weil ich genau die Sachen Ändern möchte, ja Also die Sachen, die ich pragmatisch Ohne außerhalb des Spieles weiß Ja Dass ich die auch in der Panik Des Spieles verinnerliche Deswegen spreche ich solche Sachen an Weil es gibt nichts Schlimmeres Wie, und so war ich früher Gebe ich zu So verlieren Und dann immer auf den Gegner schieben So, ja, aber der ist lame Der spielt nur mit Trash So, zum Beispiel Erstes Spiel Hat er auch nur mit Trash gespielt Superviele Pikemen gebaut So, da musst du die Schuld bei dir suchen Dann musst du sagen Okay, wenn er fucking Trash baut Dann musst du halt die Ohnanger bauen oder sowas Oder irgendwie dementsprechend reagieren Deswegen, ich glaube Das ist der Schlüssel zum Erfolg Langfristig Schaltet das nächste Mal auch wieder ein Wenn euer Motivationscoach Donny Euch sagt Wie ihr Erfolg im Leben haben könnt Denn ich Hab's geschafft Ich fahr nicht einfach so Mein Porsche Glaubt ihr, ich hab dem Ernst Ha ha ha